so ich stehe hier im schrein von saude oder zaut oder wie auch immer und ja ich bin eigentlich so gut wie fertig hier mit der untersuchungen weil diese beiden orte haben wir jetzt erst besucht also glaube ich nicht dass da irgendwas ist den auch deswegen euch das mal ausgelassen ich hoffe da ist nix und ja alle anderen habe ich jetzt abgesucht und saude bleibt noch übrig und ja da habe ich sogar tatsächlich gefunden und zwar hier allein habe ich schon zwei bekannte gesehen da wir gut die wollen die trauen wahrscheinlich noch um um hey got na kateke omaero nonde kona toko ni ja me la te la mu eki oma eki schuha na ni mu ma mei wa yo ja was ich werde wach du wach die die Das war's für mich. Ich habe nur noch nicht geholfen. Was ist das alles? Herr Eager, ich habe viel zu tun, aber ich habe mich nicht geholfen. Ich habe mich zu helfen. Ich habe zu sprechen, Drowatt. Entschuldigung. Wie ist das? Ich habe ihn mit Herrn Eager geholfen. Ich habe mich nicht geholfen. Es ist schlecht, aber ich habe mich nicht geholfen. Verzeihung. Habe ich überhaupt eine gute Gruppe? Ich glaube, ich habe gar nicht erst in der Gruppe. Normalkampfmusik. Wie soll man das überleben? Ich habe mich erst in der Gruppe. Ja. Seid ihr sehr stark? Bewegt euch sehr schnell. Sehr komisch. Ne. Das wird nichts. Aus einem Storchgarten. Repeat. Also nicht. Gouches Schwert. Oh cool. Okay. Also mit Repeat will ich wahrscheinlich in der Gruppe drin sein. Treus Schwert. Hier machen wir mal. Na ja, ich muss den Kampf hier nochmal. Da muss ich nochmal neu lagen. Jetzt. Aber was soll man denn ohne Estelle machen? Welche Level sind die überhaupt? Level 60. Das ist eigentlich schon krass irgendwie. Okay. Abdracht geübt. Seid ihr jetzt zufrieden? Ja. Jetzt so, wo ich darüber nachdenke. Ich glaube, das schafft man auch gar nicht. Wir sind ganz schön stark. Also ich kam jetzt nicht wirklich dazu, irgendwie was zu machen. Ja. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit der Story. Sorry. Ein ganz kleines bisschen. Alles klar. Okay. Okay. Und ich nehme mal Estelle rein. Geht's an mich. Aber ich weiß, dass ich was mit Repeat klauen muss. Ne? Bin ich auch schon die ganze Zeit dran. Irgendwie. Diese Sachen mit Repeat zu klauen. Nehmen wir die Gruppe mal. Old School. Ja, Joai. Willkommen. Mein Name ist dann die Rolpeer. Und wir machen jetzt weiter mit der Story. Weil das ging jetzt irgendwie nicht. Weil ich hoffe, der Kampf läuft mir nicht weg. Und ja, ich würde sagen, wir machen dann jetzt erstmal weiter. Weil das war mir doch ein bisschen zu krass. Wir müssen noch zu Pharaoh, weil der muss sich noch höchstwahrscheinlich in den letzten Geist verwandeln. Also ja, wir schaffen mal den Kampf. Mein Gott. Wo ist es? Man. Ja, und was mir schon aufgefallen ist, weil ich aber noch nicht angesprochen habe, bis hier. Der Typ fliegt ja durch die Gegend. Ich habe auch schon mal den Ort hier besucht. Und da war Pharaoh nicht. Also nehme ich mal, das ist fair. Ich habe den jetzt nicht mehr so gut im Kopf. Aber ich meine, das ist ja doch. Warum fliegt er durch die Gegend? Ich glaube, dass es einfach in Halt nicht geht. Ich habe den Knochen angefangen und ich habe Auden gewonnen. Ich habe den Knochen. Wurzell mit der Knochen. Nee, ich habe den Knochen. Aber ich habe einen Schiff mit aufgedeignet. Wenn du dich wie ein Bastard kaltierst, wirst du einfach in die Krise aufgesucht, dann wird dir das, was ich um Menschen verklemmert. Föhr ist es für ein Winter. okay das weiß der sinn hat wenn jetzt da oben treffen mussten wenn wir sowieso hierhin ich verstehe es nicht da musst du noch verletzt Leijon, was wird er? Ich habe noch eine neue Kraft. Ich möchte euch, die Heiligen, die Erlöse, die Erlöse, die erlösen, die erlösen können! Ich habe das, was du, die Apathe ist. Ich habe meine Leben. ok ohne kampf und so habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt aber eigentlich gut jetzt geht es ja auch besser jetzt bist du wieder geboren ne Das war's für heute. wieder dieses mini spiel machen nein ok ifrit Das war's für heute. Ich möchte noch einen neuen Namen für mich, aber ich bin der Sonata von mir, der Sonata der Erlösung. Ich heiße mich. Mera Mera Hirotama-Kinji! Fast, Carol. Du bist der Sonntag, Iphilito. er scheint schwarz zu haben es ist Geheimnis Das Licht am Ende des Tunnels. Aber das ging schon immer blau, das war schon immer blau, aber ich bin jetzt gerade hier, also guck mal, als ich ja drin war, war dieser älteste Typ nicht da, das letzte Mal. Vielleicht sei ich jetzt wieder da, ne, keine Ahnung, da müssen wir jetzt überhaupt machen. Ich nehme an, das erfahren wir, wenn wir hier rausgehen, ne. Wir haben jetzt die vier Geister, also, ja, machen wir jetzt den Adepharos platt oder was? Keine Ahnung, ne. Aber hey, kein Kampf und so, ich meine, ja, okay, wir haben in den ersten vier, fünf Minuten auf die Fresse bekommen von diesen beiden Mädels, aber da wird vertagt, welches Level sind wir 63, ich versuche nochmal auf Level 65 oder so. Ja, wenn wir nochmal, weil wir nicht, ich weiß nicht, ob wir nochmal bessere Ausrüstung irgendwann bekommen. Aber wir laufen jetzt hier schon mit, weil wir nicht ganz schön krassen Sachen da rum. Mondbahn kann ich mir noch herstellen, ist in den meisten Tales aufspielen, also die letzte Rüstung, die man bekommt. Ja, ich glaube, wir sind schon relativ nah dran, irgendwie als rauszuholen. Ausrüstungsmäßig, aber vielleicht ja noch Waffen. So, und jetzt müssen wir mal, wo wir jetzt hin müssen, ne. Oh, das klingt schon nach finaler Kampf. Oh. Oh. Ich glaube, das ist auch so. Wenn ich das, was ich zu verstehen, muss ich das machen, dann kann ich das nicht anders sein. Aber ich glaube, ich habe auch Zeit für mich zu verstehen. Aber ich glaube, ich glaube, dass ich alle die Gilderinnen und die Gilder sagen kann. Wenn ich das, wenn ich das nicht verletze, dann sind wir wirklich ein Adanas-Diakton? Ich muss die Welt nicht rüberkommen. Ich kann mich nicht so machen. Wenn die Welt ein Leben zu sein, dann kann ich mich nicht so hart. Wenn die Welt nicht hier leben, dann kann ich nicht so machen. Ich würde mich nicht so sagen, es ist die Welt zu sein. Ich würde mich nicht so sagen, dass ich uns die Beste für Blastia rausgekommen. Ich würde mich nicht so sagen. Ich würde mich nicht so sagen. Das war's für mich. Ich glaube, dass ich mein Leben als Brave Vesperia bin. Ich auch. Ich habe ein Gefühl, dass die Verlö und die Verlösen haben. Und ich glaube, dass ich nicht so gut bin. Ich weiß, dass ich mich nicht verletzen kann. Wenn ich mich nicht verletzen kann, dann kann ich mich nicht verletzen. Ja, ich will auch nicht verletzen. Ja, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann. Das war's für die Welt. Ich glaube, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich bin nicht verletzen. Ja, das ist das. Ich hoffe, dass ich mich nicht bemerzen und leben will. Ich will das auch nicht verabschieden. Ich will das auch nicht verabschieden. Wir werden natürlich auch mit uns verabschieden. Ich weiß es. Wir alle, wir gehen zusammen mit dem Ende. Dann können wir uns alles vorbereiten. Wir werden uns über die Yodel und die Union sprechen. Das war's für heute. Was ist das für mich? Für mich? Ich bin ein wenig, weil ich bin in einem Ort gekommen bin. Wie geht es? Das ist die Eurikia. Ja... Was soll ich das sagen? Spricht mit uns... Alle für Geister. Wundinne, Gifliet, Dome, Silphus. Wir haben eine 4.000 Städte. Ich glaube, die Entele-Keyre ist, was die Welt ist. Ich dachte, wie es sein wird. Aber es war gut. Was ist das, was ich in der Hand? Oh! 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 ja ok capo norse mal ansteuern und mlt haben auch was mir gehen weil er speichern weil ich nicht weiß ich werde mich ja wohl hoffentlich waren wenn jetzt irgendwie war ich nicht so keine ahnung point of return also kommt oder keine ahnung aber wird ja wohl nicht passieren tels aufspielen passiert glaube ich sowieso nicht stimmt hier war ja diese explosion in der nähe einkaufen muss ich dann denken heilige tränke die gehen mir die ganze zeit aus dass ich von der cell und rieter getrennt jetzt sind wir wieder leute mein gott so ich brauche heilige tränke dann habe ich gucken kann ich wieder neue sachen herstellen also nicht ich denke mal wenn ich irgendwie weil sie nicht ein bisschen weiter in der story bin ich dann wieder neue sachen herstellen kann aber jetzt nicht so aus da waren wir jetzt von uns getrennt müssen wir ja noch irgendwas machen wenn wir nicht da war man sich von uns getrennt wenn jetzt nicht ja noch irgendwas zu tun gäbe unbedingt objekt am himmel da ist alle faros ich bin meine belohnung abend danke hier steht normalerweise eine frau ist die haben ist sie weg verdächtig aber ich tue jetzt meine ganze stadt noch mal abklappern dann nichts neues da konnte man noch nie rein also gut da geht es in der gaststätte weiter aber warum haben wir uns überhaupt getrennt wenn wir sowieso da reiben müssen hätten wir ja nicht irgendwie sagen können ja kommen gehen wir jetzt alle mal da rein stehen ich solche entscheide genau wie bei faro vorhin man muss ja jetzt ausgerechnet durch die gegend fliegen wenn wir sowieso minuten später die sekunden später zu dem sein nest gehen also warum extra gemacht irgendwie dazu programmieren ja der ist geflogen weil er verletzt war da verletzt liegen können oder so keine ahnung stehen ich also ich habe mir die mühe nicht gemacht hat noch etwas zu machen da gibt es irgendwann in der stadt zu tun sonst weiß ich nicht um uns hier trennen sollten okay dann gehen wir rein dann muss ich übernachten oder sind die da wahrscheinlich übernachten aber wenn ihr dabei dann müsste ich ja nicht bezahlen war so eine verschlossen ok extra synchronisiert auch schon wieder so eine lache ich nicht verstehe blüslung schierung hi blüslung 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 Oh, das ist das. während dessen steht joda mit einem falschen denn noch was okay irgendwann ist los so dass du die uke doch hat die jama so datanine rita no for mojik und das ist ja das ist ja das ist ja was los patty Das stimmt. Judis? Du hast du schon erwartet? Ich glaube, du hast du schon erwartet, dass ich die Frau von I-Friede nicht erwartete. Ritter? Du hast auch schon erwartet. Ich werde mir ein bisschen sehen. Ich bin auch. Es ist gefährlich, Mädchen. Jaja, Judis. das ist doch einfach alle gehen ja die alte gruppe lassen jetzt kein müsste du hast gefecht sind unsere gruppe verlässt jetzt irgendwie so hat ja gar keine lust drauf gerade sie haben wir durchgegangen wir haben nichts gemacht als war warum auch eine und was los was bedrückt dich party okay Das ist ein Fisch. Das ist unser Problem. Ich kann es nicht nur auf jeden Fall sein. Das ist unser Problem. So, wenn wir nicht nur ein, um ein, was wir nicht tun? Was ist das? Was ist das? hast du dich getroffen? So, Patty, hast du nicht Marisus-Stella掲げて? Das heißt, Marisus-Stella wenn ich dir jetzt also nicht eingesammelt hätte dann gehen wir mal was? nicht gehen? dann gehen wir mal? wir sind mit uns zusammen und nicht alleine gehen danke aber nur die letzten Endes werden wir machen ja, ich weiß da ist ein Boot, wir fahren repeat okay dann nehme ich mal petty im team einfach deswegen und repeat wegen clown wird glaube ich immer wichtiger habe ich so gefühl ich nehme juri auch noch mit alles klar wollen wir hier war ich auch vor kurzem eigentlich nach kommt weg okay warum ist mein genau stelle ich meiner vor ich werde es nicht rechts hoch gelaufen in diesem zauber netter ding genommen und schwer links gelaufen dann hätten wir hat hier alles gar nicht gesehen oder man muss die so oder so einsammeln oder ich weiß nicht ich weiß nicht Es ist ein bisschen anders. Die Maris-Sterra ist ein Kind von Eifrieden zu suchen. Was? Was du mit dem, was du mit dem, was du mit dem, was du mit dem, was du mit dem? Was ist das, was du mit dem, was du mit dem? Wenn du mit dem, wenn du mit der Maris-Sterra möchtest... Das ist gar nicht falsch. Das heißt, wenn du mit dem Eifrieden in diesem Land... Das ist... Er ist tot. Das ist ein Geister-Schiff hier. Na, was ist das? Das ist auf! Oh, ja. Ist das Eifried? Äh... Hier ist auch eine Leiter. Also... Du darfst... Ich kann einfach hier hochklettern. Aber wir müssen erstmal hier rein. Gehen wir aus dem Weg, man... Ja... Da kommt... Bratgemüse. Keine Ahnung. Da kommt nicht noch ein Bosskampf, weil... Weiß er nicht. Wohl eigentlich schon. Lass dir das speichern. Zehn Stunden habe ich wieder aufs Green Zeugs gemacht. Wir erreichen ja locker 200 Stunden. Was ja nicht... Wie viel Postgame-Content noch in diesem Spiel vorkommt, aber... Ja... So... Komm ich hin... Oder das ist Eifried, ne? Keine Ahnung... Der... Boss-Typ. Ne... Schon. Oh Gott. Ich habe eine Idee, wir haben noch Maristela auf Gott. Das heißt... Bei der Name, dem sie gesagt hat, von dem Grab, ne? Glaube ich. Ja... Da hätte ich irgendwie noch nie so wütend gesehen. Warte mal klauen. Jetzt sieht er aber noch nicht sehr stark aus. Ja... Irgendwas zum Klauen. Also... Komm her. Na... Spezifik... Ja... Super. Das war... Das war... Ich weiß nicht. Ich stehe mal auf. Weiß ich nicht. Ich setze mal ein... Maristela. Ha... Wenn der nicht genau was hat gemacht hat, aber... ich war mal bis jetzt ein immerhin mit einem setz der tochter mit alle gegnerben überlege ich eigentlich ja sehr gut mein abzug justierung das meine angebauer auch da habe ich mal irgendwas machen auch sehr gut du mal deinen dings hier weg das war schon mal verkehrt mystische art kommt zeit mal schweinehase freunde beschwören das hat man da ist auch genau gleich was wir schon mal hatten glaube ich naja neu sehen auf meiner kitchen form gehen stehe ab ich bin wühlen auf dich weiß nicht wieso aber bin ich auch schick vor ganz mal aufhören mich mit jedem schlag hier um zu hauen wo mich in der angriffsformat 3000 galt gestohlen ja ich habe nur soviel tp wenn ich die marie stelle öfter einsetzen ich habe jetzt mit sell eingesetzt aber ein unterschied oder naja jetzt gut aber ihr seid beide jetzt im ding ist ehrlich dass der dumme verteilen ich bin gar nicht im ding das war sehr gut gott also dass er und ihr setzt mal ein ding sein oder da komme ich mir ein bisschen zu knauserig aber ich bin ein ding ich wollte schon sagen warum mache ich keine angriffe dann war ich nicht an danke ich dachte ich kann einen sprung einsetzen kretsch vorm endlich mal jetzt habe ich da bloß nicht wieder raus woher ging die kniescheiben sie raus aus ihrer ding naja 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 ich bin ich echt jeder angriff hier weg kaut aber das ist der das war den jahr und da muss ich heilen daneben und man nun für sei steht auf direkt geht er wieder auf die ganze zeit und er hat ja gar nicht mehr so viel jetzt war natürlich noch eine reichweite helfer mein gott da geht mir bis auf nüsteral ich bin ja noch mal formel höchste schadet irgendwas neues mal ich glaube ich habe nur zwei verschiedene zeichen auf den dingen oder sie nur diesen hasen diese spieß werden bisher da haben wir uns 20 ja not und blau sehr viele die euch mal letztens hergestellt naja müssen damit abbekommen ja cool so haben wir jetzt das jetzt genau und warum ist fertig so bieten auf ihn ja saiba na gaiko tot ich habe es nicht nur ich weiß ich habe die lange ich habe es ich habe ich habe hier los Was ist das? Okay. 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 Potty. Cipher... Uchi... I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I won't happen to us. Cipher has been who came from us, our friends. They are friends! That's why... Uchi... You want to hold your bad weight. You're... Are you... You're... 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 You're there. Das ist das, was die Leute hier stehen. Ja, das stimmt. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung, aber ich habe nur das Gefühl. Aber ich habe einen guten Freund, Eifried. Geh das. Das ist... Das war's. Maris Genma... Das wird sicherlich werden. Komm, weg. Tschüss. maris gemma ein schmuckstück das einen wandelnden untoten krieger gehört jetzt hier mit einem wunderschönen korallmuster piratenperson schwarzer donner seifers lieblingspistole der wahre stolz eines piraten alles klar patty ist eifried der legendäre pirat alles klar okay 泣きたければ泣いたほうがいい なくても泣かないのじゃ それがうちのモットーなのじゃ patty うちは泣かないのじゃ 涙を見せたら 死んでいた大切な仲間に申し訳ないのじゃ うちは 精霊の牙のボス アイフリードなのじゃ だから泣かない 絶対 泣かない 泣きたく 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 bei der freundlichen alten emotionales mädchen okay 起きたわよ泣き虫が どうだ 一しきり泣いたら楽になったか よし これからパティはどうするんだ そうね 記憶も戻ったようだし 会いたい相手にも会えたわけだしね もちろん ゆうりたちと一緒に行くのじゃ いいんです それで じゃ さすがに星ハミを放っておくわけにはいかんのじゃ それに ここまで来たのじゃ 最後までついていかせろ んじゃ 改めてパティ よろしくな うむ よろしくするのじゃ えっと ちょっといろいろ聞きづらくて 聞けなかったことがあるんだけど ま 気になることはあるだろうけど おいよい話聞いていこうぜ のじゃ 気が向いたら話をするのじゃ でも さあ お みんな なに 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 noch ein erdbeben oder wir machen einen auf zauber und wir schaffen noch irgendwie in final dungeon oder irgendwie so hat nicht sogar aussieht diesen hat schon wieder passiert naja gibt es ja auch noch sagen warum es passiert mir zehn soweit was ja stimmt die uns abgestochen hat super mal kurz rausgehen und speichern also okay in der gaststätte ist auch der speicher für den part jetzt gern beenden also alles klar kann ich sogar machen gut dann habe ich mich emotional ist mädchen ihre tränen sind ausdruck von freude und trauer zugleich wasser marsch und eine neue waffe von hier ist die nummer voll vergessen aber da war nicht auch dabei hier der mit fieber das übernehmen wird manchmal neu gestartet nachdem es endet wir waren von den taumeln wenn man anders noch geschwommen während einer basis getroffen schwarzer donner alles klar und zwar nichts bekommen dass hier blau sephira raten note okay warum sollte ich jetzt jeder andere auch trage gar nicht angezeigt jetzt zwei vertragen da kommt schon da kann sie da tragen aber nicht hier wenn ich mir sind doof alles klar gut damit sagen ich bin hier in der nächsten folge gucken wir mal wie es hier weitergeht mit diesen beiden sehr netten leuten die uns ja treffen werden ja ich freue mich ich frage mich wie diese dieses wieder treffen aussieht haben wir überhaupt schon mal wieder getroffen danach nähe wo ich glaube doch oder weiß ich gar nicht jeweils dann sehen wir alles im nächsten paar ich danke euch also fürs zuschauen ich hoffe wir sehen uns der nächsten mal wieder tschüssikowski